hallo freunde der virtuellen realität schön dass eingeschaltet habt zum heutigen video ja für euch erscheint dieses game am 11 mai ich durfte es vorab testen deshalb konnte ich schon mal das video vorab aufnehmen und zum release raushauen und ja es geht um another fisherman's tale es gab ja das spiel fisherman's tale und ja das ist jetzt eine andere geschichte und ich fand den ersten teil richtig richtig gut das game ist vom vertigo games und entwicklers innerspace via ja hat eine richtig schöne comic grafik und der erste teil hat mich echt fasziniert weil man richtig viel knobeln musste und so weiter und ja für mich ist wirklich jetzt first impression das heißt ich gucke zum ersten mal in das spiel rein und ja schauen wir uns ganz einfach mal die ganzen einstellungsmöglichkeiten an sprache wir haben eine textausgabe und leider haben wir keine deutsche sprachausgabe sehr sehr schade ich bin der meinung dass der erste teil noch auf deutsch war komplett auch die sprachausgabe jetzt haben wir hier nur englisch oder französisch ist nicht schön aber müssen wir mit leben dann haben wir komfort einstellungen ich spiele immer auf intensiv ich brauche keine venierter und sonst was teleport brauche ich auch nicht aber man kann hier nur aussuchen teleport oder freie bewegung plus teleport ich kann sein dass man das für spiel braucht teleportieren von daher lasse ich das auf diesen punkt dann haben wir einfach erfassungsmodus 360 grad vorwärts ausrichtung und so weiter und so fort und ich lasse erstmal auf auto ich spiele nicht im sitzen hier könnte man noch den boden anpassen die größe messen das mache ich einfach mal und das war's schon so größe ist gemessen dann haben wir fortbewegung machen wir über kopf drehungsmodus ist festgelegt das heißt wir haben snap turn ja machen wir gleichmäßig werde ich mit werde ich mit auskommen glaube ich viele leute haben hier dann motion sickness probleme hatte ich früher auch jetzt geht es aber eigentlich so ja mal die möglichkeit ob wir mit dem linken oder mit dem rechten thumbstick uns fortbewegen wollen ich lasse links für linkshänder wäre es dann wahrscheinlich rechts die zugänglichkeit steuerung anzeigen hinweise vibration deaktivieren ja hier haben wir die hinweise hand schleudern bewegen sprinten kopf schleudern was auch immer das heißt ich habe es nicht gespielt mit handgreifen mit handgreifen kopf schleudern ja wenn man schon wenn man schon irgendwie klarkommen mit und ich würde sagen gehen wir mal ins game now stop me if you've heard this one before you always say that papa ha and yet you never stop me but little nina perhaps you do not want a story tell the story tell it tell it but of course i had said say on my greatest adventure to discover the fabled isle of libertalia you remember i told you of libertalia nina the land of truth freedom that's right the greatest prize for a sailor my destiny but this time my plans had gone well all to pieces ohje ja wir sind auch in zweiterzeiten zu fallen er hat seine bett auf der welt vom legendäre fischer mann zu herrlich lighthouse keeper zu now treasure hunter so dies was not the first time your papa ein gespaltener mann kapitel 1 was soll es auch nun der was kurzes campel geben was da von an unfamilier shore completely broke drehe deinen kopf steuere deine hand ah guck mal no doubt about it i needed to pull myself together ok wir müssen uns scheinbar wieder zusammen bauen erst mal ah guck mal eiskalzes händchen wie lange hast du dort liegen, papa? ich habe nicht nur dort liegen ich habe meinen nächsten Schritt planen ich habe zwei Dinge missen, die jeder sailer braucht jetzt, was könnte sie sein? ihr sealex jeder sailer braucht seine sealex haa, jetzt erinnert ich musste meine sealex haa, guck mal jetzt war ich jetzt war ich jetzt war ich auf meine zwei, aber trotzdem war ich wie ein tränkeres sailer ich musste meine haupte auf die rechte zieh deinen kopf zurück haa, haa ich hätte meine eigene haupte vergessen, wenn jemand mich nicht erinnern dir eine hand fehlt laupte herum teleportieren da jetzt ist es nur noch eine Sache schläutere deine Hand haa 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 das ist ja cool haa 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 das ist doch cool also sehr, sehr cool gemacht, finde ich bisher Flieg ja, so kann man sich Gegenstände holen sehr nice, finde ich schleudere deinen Kopf oh nö Wow! So, du hast gerade deine Hände weggebracht, Papa? Will ich das machen, wenn ich großartig bin? Ah, besser geh mit mir, bevor du es versuchen kannst, Nina. Jetzt könnte ich einen guten Schau rundherum nehmen. Ah, da, ok, Rekko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko. Ah, da, ok, der Koko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko. Jetzt, kleine Schaubart, was machen wir mit Koko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko? Jetzt müssen wir ihn erst kaputt machen. Ah, guck mal hier. Hey, lass doch los. Ah, ok. Okay. 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 Ist das ein kleiner Drecksack. Ha. Ich habe meine Füße regiert, aber meinen alten Rivalen, ich habe keinen Trick auf Ihren Schläger. Oh, du hast auch versucht, meinen Kopf zu drehen. Möchtest du mir diesen Weg machen? Er hat meine Kopf in seinem Schläger. Ich wollte mich selbst frei. Aber wie? Ach so! Das ist irgendwie ein Siegel, du. Ich finde es auch, das ist irgendwie ein Siegel. Und ich bin sicher, dass du einen körperlichen Schläger benutzen könntest. Gib mir deine Hand. Für die ganze Zeit. Übergib deine Hand. Na komm. Hier, du Kleiner. Das ist meine Krabbe. Das ist meine beste Krabbe. Das ist meine beste Krabbe. Ich promise. Danke, Babbe. Jetzt keine mehr Krabbe zu Hause für meine Familie. Eine Krabbe mit einer Hand. Bye, Mr. Krabbe. Was passiert nächstes, Papang? Guck mal, da ist ein kleines Tor. Oh. Oh, es ist eine Krabbe. Es war eine Krabbe. Es war eine Krabbe mit einem Krabbe. Snip, snip. Snip, snip. Es war die Zeit, wenn ich das Blut verlebt habe. Aber wie? Ich dachte, ich konnte mich riecht... Riecht? Schau auf, Papa! Schau auf! Ich wusste, was mit meinem Boot passiert. Aha, okay. So, jetzt müssen wir mal schauen. Da ist noch was? Eine fehlt noch. Ach, guck mal hier. Jetzt muss ich gucken, dass ich ... ... das ist von Paul de Le Temeraire. Da auch noch eine? Hier könnte noch eine hin, oder? Ach, guck mal da! Von lauter Blau sieht man hier die Planken nicht mehr. Ich konnte nicht mit einer Hand und einer Klau stecken. Ich brauchte etwas, um mich zu stecken. Die Lösung sollte irgendwo auf der Bühne sein. Da oben ist was. Also, ich glaub, hier werd ich mit Wilson leben. Oder? Wilson! 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 Okay, ich bin nicht der erste, die die Bühne sein. Ich bin der erste in den Bühne sein. Der Schaukel war die Hügel. Der Schaukel war die Hügel. Für jeder, außer alle, der Bühne. Na komm, schauen wir mal. Schau mal, ja. Was war im Schuppen? Ho, ho, ho. Ohne Hand ist das alles nicht mehr so. Okay. Aber hier ist erstmal nichts mehr drin. Ich hoffe, das ist normal, dass wir ja jetzt unsere Hand nicht mehr haben. Warum? Okay, aber nicht kaputt. So kann man auch klettern, ne? So, da oben ist meine Hand. So, jetzt mal schauen. Was wir hier haben. Da ist noch ein Haken. Na komm, komm. Alles kaltes Händchen, du musst dich drehen. Ja, ja, ja. Auf. Vielleicht, wenn ich einen zweiten Haken hatte. Okay, ist da sonst noch was? Für höchstens diese Planke da, wenn wir die eventuell brauchen. Aber gehen wir erstmal nicht davon aus. Wir gehen mal zurück. Na komm. Zwei Haken? Jetzt bin ich der Pilot. Har, har, har. Har, har. Ah, das ist doch los. Hilfe. Genau, so geht's. Genau, so geht's. Wir fangen jetzt voran. Und jetzt, und jetzt. Ah, da! Finally! Ein Grill. Was grill ich denn hier? Kokosnüsse oder was? Ah, guck mal da hinten. Ein Grill kam aus mir. Out in der Arböre. Ein riesiges Möder. Ich wusste diesen Vessel. Oh, ja. Es ist so, dass ich auf der Fluchtflugge von Captain Kenrid und der Blutzerstie Piraten. Aber? Sie haben dich nicht bekommen, Papa! Haben sie? Was passiert? Was ist jetzt? Na ja, zurück zur Realität, Nina. Oh! Hallo? Sind Sie da, Nina? Lieber? Hallo! Ich bin hier, Frau. Sind Sie okay? Ich bin okay, Lieber. Wie sind Sie da? Wie sind Sie da? Sind die Modeln alle zusammengekommen? Oh, um, nein. Ich habe ein guter Start, doch. Ich hoffe, Sie haben nicht nur gespielt. Die hours Sie und Bob haben sich gemacht, machen seine Modeln, während er Ihnen all diese olden Geschichte erzählen. All right, come on, Nina. Ja. Let's do one more box. Öffne eine Kiste. Sieht aber cool aus. Gefällt mir. Okay. Oh, ja. Ich erinnere die Geschichte, die mit diesem ging. Bob, in der Dreaded Captain Kenrid. Ja. Das ist Bob. Papa? Als du erst kennengelernt hast, hat sie dich gefällt? Ja. Ah. Na gut. Nicht sofort. Was für dich? War es Liebe auf der ersten Seite? Ja. Oh, jetzt geht's weiter. Não. Ich war es einfach. Hahahaha. Boa, Captain Kenrid, mit einer Hadeous-loaf. Soon, du fährst in die klutze von der Krakern. We'll see about that, St. Bob. Uncanny impression Bob. You really nailed the hideous lock. Captain Kenrod? Did you hear that? That is... You tell her Papa. They say you're a fine sailor Bob. But I didn't know you were a storyteller. My greatest story is yet to come Kenrod. The tale of how I escaped the Bonne Mere and bestied a captain. So there. I'd heard you were a wit as well. I see the stories were half right. I hope you're ready to work Bob. You don't have to be in one piece to scrub Grogpots. And if you work hard, we'll put you back together. Uh, I... Curse you Kenrod. You cannot keep me from my quest Kenrod. I shall find Libertalia. Libertalia. Bob. No one ever gets to Libertalia. Don't you know that? Huh. Don't tell me that that's what you're all about. The land of perfect freedom? I searched for it too far. There's no such place. Like I said, if you stay here and work, we'll put you back together. Look, I've got to go. I never let my men carouse without me. Mad four. Well... Yes. That would be that for... A noble sentiment. Maybe if we were not mortal adversaries, we could have been shipmates. Right? Sure. Libertalia. Ah! Hmm. Come Bob, that's happenbar. So, there I was. Captive of a cruel, yet strangely compelling pirate captain. So, how did you get out of the clutches? This would be my greatest escape yet. I was sure, I could get one hand free. So. Dann haben wir das schon mal. Gut, es ist noch nicht so, so viel passiert, aber... Warte mal. Wupp. So. Da hinten können wir auch noch hoch. Das ist aber echt eine coole Idee. Oh nein! Ich bin ein Dämmel. Ich denke mal, ich könnte damit springen. I wouldn't get far without my sea legs. So. So. Wupp. There you go. Haha. So, jetzt müssen wir... In a cage nearby. I could see the cloak my old rival had given me. I had to unlock the cage. Oh come. Now things were coming together. Okay. My head had got me into this mess. Now my head would have to get me out. Wow. 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 Yeah. No one takes a piece out of the old Bob. Shhh. Shhh. Yes. Yes. Our hero was back in one piece. Now. To escape. No. 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 Und jetzt? wow das ist ja das ist der hammer davon habe ich schon so oft gesprochen dass man in via mit der größe spielen muss und die machen das hier in perfektion wie geil ist das denn das aber auch okay aber das sieht geil aus wie wir hier den keller sind wahnsinn die engine room what a beast getting to the other side would take every ounce of my happening again bob must climb ever have what if only i still had the climbing hook come would not put in hot now we could make the profits ich mag das spiel also irgendein zuschauer hat mir mal geschrieben dass der erste teil so rotz war kann ich gar nicht sagen ich finde das echt gut kann ich nicht essen okay das brauchen wir für irgendwas da hinten ok da müssen wir aber erstmal hinkommen da müssen wir erstmal hinkommen ah ja 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 ok also wir brauchen den klitterhaken definitiv vielleicht brauchen wir die später so damit hier das gleich fährt aber wie kommt man hier rein okay wenn ich jetzt die hand oh ja das könnte klappen nicht runterfallen verbrennt die sich jetzt die hand ich brauchte die pcs und sie in die fit ach komm was ja auch ein bisschen unrealistisch ist weil warum hätte ich ja nicht durchgreifen können aber gut es ist ein spiel aber gut es ist ein spiel ok ah zack da haben wir sie wieder werden wir wahrscheinlich jetzt gleich brauchen all these moving parts why did he build these models and tell these stories over and over ok kann man auf jeden Fall da hin da fehlt auch wieder ich vermute dass es da die hand fallen muss um dann was zu machen wir gucken uns das jetzt mal kurz an dann kommen wir hier hoch da machen da machen boah das wird aber da okay also dafür werden wir wahrscheinlich zwei hände brauchen deshalb müssen wir uns jetzt erstmal die zweite hand holen das ist jetzt ein tic krabben handmix ok ok das 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 Komm, alles kalte Säntchen. Okay. Schauen wir, wo die ist. Ah, okay. Also, ich mag es, ich finde es cool. Aber wie kommen wir jetzt dahin, wo wir hin müssen? Also, ein bisschen Knobel, ein bisschen Geschicklichkeit, was ich nicht habe. Also, alles dabei. Also, ich mag solche Spiele. Man muss nicht immer irgendwie einfach nur rumballern oder so. Ist auch mal schön, sowas zu zocken. Ich komme. So, aber jetzt kann ich da gar nicht mehr einen sehen, was ich mir jetzt hier hochkaube. Was übel wäre, wenn ich jetzt hier auf die Passe drücke. Ein bisschen blöd, wenn man nicht wirklich reingucken kann. Ah! Warum noch so schön gelb-schwarz angemalt hier? Diese Luke. Ist das jetzt echt? Das, was ich eigentlich schon geholt habe? Ich brauche ja zwei, eins reicht ja nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich ... Ne, das muss es gewesen sein. Okay. Ja. Okay. Ich hol meine Hand zurück. Also, so geht es normalerweise. Also, ich habe gesheetet. So. Ja, also das hätte man nicht so holen dürfen. Okay. So, weiter geht's. Okay. Hab ich mir gedacht. Okay. 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 Oh, ich habe immer wieder Donut. Donut. Oh Gott. Gentlemen. JENNIesh. Okay. Donut Ja lah. Ein mystisch jubeltes Echt. Das würde mich in Libertalia bringen. Und, wie der proverbialen Thief, ähm, Trescherhunter in der Nacht. Ich bin weg. Das Echt in meinem Bag. Kommandoraum. Auf der Auperdeck. State-of-the-art-Security. Keine Überraschung mit dem Trescher, die ich gefunden habe. Ich brauche eine weitere Beine. In der Kontrollruppe. Ich habe es euch ja gezeigt, wie es richtig gehen sollte eigentlich. Also bisher finde ich ganz gut. Ich mag solche Spiele, diese Knobbeleien. Finde ich echt super. Grafisch ist das gut. Deutsche Sprachausgabe wäre jetzt gut, aber meiner Meinung nach muss man es nicht haben. Ich kann es eigentlich sehr gut verstehen. Wer es nicht verstehen kann, da gibt es natürlich auch Untertitel. Ja, Leute, das Game erscheint am 11. Mai für PSVR 2, für Quest 2, für SteamVR. Also alle Headsets, ich glaube außer Pico, werden hier bedient. Und ja, ich finde, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Man sollte natürlich dieses Genre auch mögen. Also wer jetzt nur auf Ballerei, Abschlachten steht und so was Walking Dead mäßiges, der wird hier keinen Spaß haben. Wer überhaupt dazu ein bisschen knobelt und überlegt und ein bisschen was Ruhigeres haben möchte, der ist hier richtig gut aufgehoben, meiner Meinung nach. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen, Abo-Button nicht vergessen und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. euch mobile